Die Premiere ist, gelinde gesagt, die Sensation der Sensation. Meine Lippen, die küssen so heilig. Die Operatoren, die große Tabubrecherin des Rats. Alles wird angesprochen, verdeckt. Alles, ein Sozialthema. Unterhaltung, Unterhaltung nennen wir das. Abgründige, unabgründige Unterhaltung. Exzesse, exzesse. Im Moment. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Sagen Sie mir bitte warum. Schens, schensch, schens, schen, schen sagen alle Leute. Schensch, schensch, schenoo alle Leute. Und zwölf, und zwölf, der schweb, dann bin ich schweb, Und sich, und sich, und dann drüber freut. Die Nacht ist krit und valiziös, Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Ein Skandal in der Pfad, und der Streit aus der Welt, Jetzt ich denen schöne Rede, bitte, bitte, schwebt die Kette, Schweb, 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 schweb. Ja, 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 jetzt wird wieder Schmutzwäsche gewaschen auf der Operettenbühne! Das ist ein Trauerspiel, sag ich dir. Die Sehnsüchte, die die Operette geweckt hat und mit denen sie seit ihrer Entstehungszeit so wunderbar zu spielen gelernt hat, die waren natürlich überall zu finden, die waren in allen Herzen, verankert, vom Herrn Grafen bis hinunter zum Ormenschlucker im Ziegelschöpfwerk. Ein Walzer muss es sein, nur ein Walzer ganz allein. So ein Walzer voll schäumender, fröhlichkeitsträumender, süßer, verrauschender Wein, der alles in uns weg, was er drin im Herzen steckt. Ja, dann tanzt man hinein in den fröhlichsten, seeligsten, lustigsten Himmeln hinein. Aber nun ein Walzer, aber nun ein Walzer muss es sein. Aber nun ein Walzer, aber nun ein Walzer, nur ein Walzer muss es sein. Applaus